Heri Schreibgeräte mit integriertem Stempel aus dem Schwarzwald seit über 40 Jahren. Heri steht für höchste Qualität, innovatives Design, weltweite Patente und eine Produktion made in Germany. Der Self-Ink-Stempel öffnet sich automatisch durch einfaches Abziehen der Schreibgerätekappe. Das Stempelkissen klappt von selbst zur Seite und die Stempelplatte schwenkt durch einfaches Herumdrehen des Schreibgeräts in Stempelposition. Das hochwertige Stempelkissen aus Latex mit Vliesauflage ist werkseitig mit Stempelfarbe getränkt. Bei jedem Schließvorgang wird die Stempelplatte neu eingefärbt. Nach Bedarf kann das Stempelkissen mit handelsüblicher Stempelfarbe nachgedrängt werden. Die Self-Ink-Stempeltechnik eignet sich für Gummi- oder Polymerstempelplatten gleichermaßen.